Hallo Leute, für dieses Recording von Space Colony habe ich ein bisschen was verändert. Ich habe nämlich den Sound komplett runtergestellt, die Hintergrundmusik, aber ich habe die Stimmen und auch die Effekte halblaut gelassen. Sie sollten laut genug sein, dass ich drüber reden kann, wenn es sein muss. Aber inzwischen ist es auch wichtig, dass ich oft zählich höre, was das Spiel mir sagen will, weil wir jetzt langsam zu den Missionen kommen, die nicht mehr so einfach gehen. Wir waren bei Bob und Boffin, wenn ich mich richtig erinnere. Und es geht um Space Hühner. Genau. Also, wir wollen dieses Wirtschaftsloch ausnutzen. Riesige Turkey Breeding Facility gibt es nicht mehr und wir versuchen jetzt den Bedarf zu decken. Blablabla, ja, es werden nicht beißen. Gut, Billy Bob und Nikolai. Zwei extrem unterschiedliche Typen. Billy Bob wird uns in der Mission sogar mehr helfen, das ist aber die einzige Mission, in der das so sein wird. Nikolai ist ansonsten nämlich ein ziemlich guter Allrounder mit sehr vielen nützlichen Fähigkeiten. Und wir wollen nicht nur Space Chicken produzieren, sondern wir wollen auch zwei unserer Arbeiter trainieren, damit sie ebenfalls diese Space Chicken Facility bedienen können, die wir uns gleich anschauen. Und zunächst brauchen wir jetzt mal ein zweites Oxygen Plant, weil wir inzwischen so viele Leute hier haben, dass das sonst ein bisschen anstrengend wird. Stich kann da oben eigentlich noch weiter abbauen, das ist alles ganz okay. Gut, zunächst mal werden wir zwei Betten brauchen. So, einmal für Billy Bob und einmal für den guten alten Nikolai. In dieser Library hier können wir jetzt Leuten nämlich neue Skills vermitteln. Es hängt aber davon ab, was für Skills freigeschalten... was machst du? Okay, ich war nicht kurz verwirrt, wohin der Typ abhaut. Naja, ich wollte gerade sagen, irgendwie ist niemand an Power Duty, deswegen schicken wir mal Dean darüber. Okay, mit der Library können wir Leuten was beibringen und das funktioniert ähnlich wie die Mad Bay vorbereiten. Es zählt nämlich von einem gewissen Level, in dem Fall von 999, runter. Wenn wir bei 0 angekommen sind, dann beherrscht er diese Fähigkeit auf Level 1 in dem Fall. Chickens brüten, züchten, sich um Chickens kümmern, wie auch immer. So, und Billy Bob beginnt mit 4 Sternen, das ist das Maximum, das man in einer Fähigkeit haben kann, mit 4 Sternen an Chicken Breeding. Er hat auch sonst sogar eigentlich eine ganz, ganz gute Auswahl an Fähigkeiten, die man wieder brauchen kann, zum Beispiel aufräumen, reparieren und Essen beschaffen. Ja, jäten ist jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, aber er weiß auch nicht. Gut, bauen wir hier noch zusätzliches Warehouse. Wir können eigentlich auch mal anfangen, hier das, äh, das ganze Eisen zu verkaufen, oder? Ah, wir könnten es verkaufen, aber andererseits, wir brauchen auch das Geld im Moment nicht, also behalte ich lieber für eine Mission, in der wir das Geld brauchen. Da kommen schon wieder Mutant Bees, okay. Wir können jetzt auch Forcefields bauen, die sollten diese Bees eigentlich zurückhalten. Na, klappt ganz gut. Ähm, oh, 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 um das müssen wir uns kümmern. Ich wollte gerade noch erklären, wie diese, wie diese Posts funktionieren, aber jetzt im Moment habe ich gerade ein bisschen ein anderes Problem. Was machen alle Leute? Du bist auf der... Okay, ja, wir werden Stick zurückholen. Stick wird jetzt mal jäten gehen. Weil hier direkt vor uns... ...pflanzen sich schon wieder einige dieser Dinger hin. Okay, Nikolai hat eine Stern in, in Energy und in Sauerstoff. Das ist ziemlich nützlich, deswegen werden wir noch auf beide schicken, aber in erster Linie auf Power. Bum, badum, badum, badum. Ja. Gut, Nikolai ist fertig, jetzt müssen wir noch Candy dazu bringen, das zu lernen. Das heißt, wir werden auch Candy in die Library schicken, auch wenn wir es jetzt kaum noch sehen, hinter der, ähm, hinter dem Chicken Extractor, ...der nicht Chicken Extractor heißt, ähm, aber egal. Das bedeutet allerdings, dass wir Tammy wieder zum Putzen schicken können, weil... ...weil, bis er Candy geputzt hat, weil es tatsächlich ihr aller einziger Skill in diesem Spiel ist. Naja, was soll's. Hey, look, Controls opened up a new zone to us. Let's go take a look. Na, Controls opened up a new zone. Die kann es aber nicht sein. Welche Zone haben sie geöffnet? Die westliche? Nein. Ja, oder? Okay, hier ist meine erste Linie nur Essen. Essen, Essen, Essen. Noch immer nur Essen. Hm. Ja. Gut. Toll, Venus. Danke für die Meldung. Wieso auch nicht? Gut, ähm... Du sagst, wir sind engagiert? Hm. Machen wir aus dem beiden mal kurz Freunden, dann kann Tammy auch die Fresse halten, wenn es um... ...um den... ...Human Contact geht. Und dann schicken wir sie arbeiten. Putzen, um genau zu sein. Cool, ich sehe die Zahl nicht, die da über Candy's Kopf steht. Ähm, und kann daher nicht sehen, wann sie fertig sein wird, aber okay. Gut, der Sticker ist scheinbar fertig ge- ...iätet schon. Ja, das sieht mir zumindest so aus. Gut, das heißt, wir könnten ihn jetzt eigentlich auch mal... ...zum Oxygen schicken. Ich weiß es nicht. Ah, du hast nichts zu tun, dann übernimmst du das Oxygen. Gut, ähm, wir sehen außerdem, wir verlieren nicht nur nach einer gewissen Zeit, nämlich in 15 Tagen, sondern auch, wenn ein unserer Kolonisten stirbt. Das sollte eigentlich nicht passieren, solange es nur um diese Bienen geht, aber... ...trotzdem, langsam aber sicher ist ein bisschen Vorsicht angesagt, was das Spiel betrifft. Und wir haben so viel Geld, dass ich jetzt noch irgendwas bauen will. So, dann bauen wir immer noch ein paar Solarplans. Können wir nicht, weil wir kein Geld haben. Ähm, ja, es gibt eine Bar tatsächlich. Die funktioniert auch sogar mit dem... ...mit dem grünen Essence Stuff. Wie groß ist denn die? Na ja, schon ganz groß für eine kleine... ...für einen kleinen Biodome. Na, jetzt muss ich mir noch überlegen. Wir haben ziemlich viel Essen, holy shit. Ich hoffe, dass sich... Ja, nein, die Space Chickens werden sich aber dann noch ausgehen. Okay, dann schalten wir jetzt mal auf Super Speed. Weil es gibt zurzeit eigentlich nichts zu tun, außer Candy beim Lernen zuzuschauen und Billy Bob beim Hühner zerschlachten. Oder Hühner vorberaten. Steak, geh mal was essen und dann geh mal wieder jäten. Steak, du musst nicht arbeiten gehen. Geh was essen. Drecksack. Das ist echt nicht so wichtig, dass du noch immer... Ich weiß, du baust gern Eisen ab. Du kannst es auch gerne machen. Das wird uns früher oder später irgendwann mal richtig viel Geld bringen, aber... ...das ist echt nicht so wichtig. Okay, bauen wir hier mal noch einen Medium Biodome. Da krieg ich hier auch noch sogar einen Airlock, wenn wir schneller rausfinden. Und jetzt kann man auch gern mal eine Bar bauen. Passt. Das heißt, auch das wird mit diesem Nahrungsschleim, whatever, versorgt. Ich glaube, es gibt nur noch vier Missionen oder so, die wir auf diesem Planeten machen. Und dann sind wir mit dem ersten Planeten eigentlich auch schon fertig. Wir werden deinen Weltraum verbrechen. Wir werden deinen Weltraum verbrechen. Wir werden deinen Weltraum verbrechen. Wir werden dich in, soll ich? Ja. Holst du dich mal ein bisschen Friendship? Das sind eh die beiden Leute, die am meisten Friendship brauchen. So, dann kann Candy nämlich auch essen gehen. Und dann kann Candy nämlich auch mehr lernen gehen. Du mein Candy. Die Basis ist unter Attacken. Wir machen mal kurz einen Check, ob irgendjemand verletzt ist. Nur, dass nicht aus dem Nichts einfach ein Todesfall kommt. Jop, schaut alles ganz gut aus. Oh, habe ich Stick gerade aus Versehen hier runtergeschickt? Ich glaube, das habe ich gerade gemacht. Sorry, Stick. Ihr holt dir mal ein bisschen Geld. Ja, ich würde so gerne sehen, wie weit Candy hier am Arbeiten ist. Aber ich hätte mich mal einfach drauf verlassen müssen, dass sie es früher oder später schafft. Okay, wir könnten jetzt auch Nikolai natürlich schon losschicken, um Hühner anzubauen. Dafür hat er es ja gelernt. Aber er ist mir lieber, wenn er auf der Brücke ist, weil Billy Bob ist einfach so verdammt schnell. So, du hol dir Geld. Damit du möglichst gut beieinander blindst oder hol dir kein Geld, soll mir auch recht sein. Ich glaube auch, dass die Kolonisten auch unterschiedlich schnell lernen. Bilde ich mir ein, ich bin mir wirklich nicht sicher über dem. Aber ich glaube eben, dass Nikolai nicht einfach nur so wahnsinnig schnell gelernt hat, weil er am Anfang noch gut drauf war. Candy ist jetzt auch super drauf, sondern ich glaube wirklich, dass Nikolai einfach schneller lernt als Candy. Weil Candy jetzt einfach eine Pfeife ist. Glaube ich zumindest. Keine Ahnung, kann sein, dass ich mich hier komplett irre, aber ich bilde mir ein, dass es etwas in diese Richtung gibt. Oh Mann, unsere Lage geht über. Nein, nein, nein. Du bleibst beim Lernen. Ja, wir können schon keine Warehouses mehr anschließen. Weil wir viel zu viel von allem haben. Naja. Da ist ein Problem, mit dem kann ich sogar leben. Trotzdem werden wir vermutlich ein bisschen Eiern verkaufen müssen, einfach nur einen Platz zu machen. Auch wenn ich das Geld echt nicht brauche, dass es ein bisschen Geldverschwendung ist, weil wir es sicher in der nächsten Mission gut brauchen können. Oh, sorry. Nein, wir sind eigentlich gut dabei. Es ist die Hälfte der Zeit, wir sind ungefähr drei Viertel der Chickens. Ich hoffe nur, dass die verdammte Candy endlich mal weiter macht. Na bitte. Sehr gut. Gut, hol dir mal Geld und wenn Billy Bob dann sowieso jetzt gerade Pause machen geht, dann kannst du gleich mal übernehmen und das zu Ende bringen. Ach, Billy Bob. Ich schau dir gerne beim Tanzen zu, Junge. Ach, ist der verkannte Held. Er ist ein bisschen wie Hodor. Nicht ganz so extrem, aber... Wie gesagt, sie alle entsprechen irgendwelchen Stereotypen und Billy Bob ist eben das Stereotyp des leicht redneckischen Bauernjungen aus Alabama. Ich weiß es gar nicht, er steht im Handbuch. Lass mich mal ein kurzes Handbuch suchen. Woher kommt denn Billy Bob? Tut 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 tut. Tännessee. Naja, fast. 33. Holy shit, Billy Bob. Mit 33 so rumzulaufen ist mutig, ja? Okay, und tatsächlich wird Candy diese Mission jetzt zum Abschluss bringen, oder wollen wir... Naja, lassen wir das lieber Billy Bob machen. Ich habe echt keine Zeit, hier Candy zuzuschauen. Das dauert ja ewig. Candy, geh mit Leuten reden. Nein, daran ist es besser, als im tatsächlichen, nützlichen Arbeiten. So. Okay, es ist schon ein ganz deutlicher Unterschied, wenn es um Speed geht. Bam! Und das war's. Ich muss aufhören, links zu klicken. Ich schicke Leute immer irgendwo auf die Basis hin. Jetzt habe ich gerade Candy irgendwo... ...irgendwo ganz an eine Rand an der Map geschickt. Okay, Credits carry over 1.500. Gut, 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 gut. Space Chickens. Jetzt geht es nämlich darum... ...genau, das Ganze auch zu verkaufen. A Silicon Ridge Zone has been opened to you. Okay, boys and girls, News is out. Chicken Futures are sky high. Genau. Also nach dem großen Crash der Chicken Fabrik müssen wir jetzt schnell schauen, dass wir möglichst viele Chickens an den Mann bringen. Insgesamt müssen wir auf 20.000 kommen, wie wir das machen, ist egal. Wir bekommen Daisy dazu, eine... ...auch eher... ...unnütze Person. Typischer Hippie. Nicht, dass Hippies unnütz werden, aber Daisy ist fucking unnütz. Okay, fangen wir gleich mal an. Solange die Preise noch hoch sind, verkaufen wir gleich mal ein paar Space Chickens. Gut. Ähm, wir werden auch jetzt Candy lieber wieder... ...aufräumen lassen. Und Billy Bob darf wieder Chicken farmen. Jo, kurz niesen. Ah, kurz überlegt, ob ich meinen Mic ausschalten soll, aber dann macht sie immer so blöde Faxen, wenn wir ihn wieder einschalten. Deswegen habe ich gut nur meinen Mic weggedreht. Ähm. Also, sehr, sehr professionell. Äh. Okay. Daisy kriegt jetzt mal ein Bett. Gut. Ich glaube, der Iron Extractor ist alle. Ich glaube, hier gibt es kein Iron mehr. Das heißt, den können wir nachher auch verkaufen. Hier ist jetzt der ganze Westen offen. Und da ist jede Menge... ...Silicon. Also nicht Silikon, sondern Silizium ist gemeint. Ähm. Und das werden wir hier auch mal ordentlich extracten. Und das werden wir hier auch mal ordentlich extracten. Irgendwo, wo kein Lava-Feld direkt ist. Hier schaut's gut aus. Bäm. Und auch das kann Stick machen. Ja, diese ganzen Lava-Käfer werden sowieso noch früh genug ein Problem werden. Es ist nämlich auch Zeit, diese Engineering Facility aufzubauen, die auch nochmal 500 kostet, damit wir hin und wieder Sachen wie den Silikon Extractor reparieren können, wenn er in Mitleidenschaft gezogen wird. Gut. Gut. Dann verkaufen wir mal den Iron Extractor. Den braucht niemand mehr. Ja, und im großen Ganzen werden wir diese Mission nur horten mit Space Chickens und, ähm, Silikon. Ja, was kann Daisy? Daisy kann nicht wahnsinnig viel. Naja, eigentlich, also das wäre gar nicht mal so schlecht. Das ist, äh, haben wir das schon? Nein, das haben wir noch nicht. Äh, badadam. Ähm, das ist in einer Biofarm neue Ressourcen anbauen. Wenn mir die natürlichen Ressourcen für dieses, für diesen Nutrient Extractor ausgehen, dieser, diese Weed hier, ähm, dann kann ich den manipulierten Bambus anbauen, den ich genauso ernten kann. Das heißt, dafür ist Daisy sogar gar nicht schlecht. Aber jetzt so im Großen und Ganzen, meh. Schicken wir sie mal auf die typische Duties, Oxygen und Power. Wenn man sonst nichts zu tun hat, mache ich das eigentlich immer mit den Leuten. Das sind Stationen, die können immer ruhig doppelt und dreifach besetzt sein. Das ist besser, als sie sind unterbesetzt. Gut. Space Chickens. Verkaufen wir nochmal das übrig gebliebene Eisen. Wir brauchen es nämlich auf dem Planeten sowieso nicht mehr. Gut, und ich glaube, ich werde jetzt doch Billy Bob und Candy beide, ähm, zu den Chickens setzen, auch wenn mir Billy Bob natürlich lieber ist, aber in seiner Off-Zeit kann man Candy übernehmen und damit bricht der Nachschub an Space Chickens nie ab. Was vor allem jetzt noch wichtig ist, weil Space Chickens immer weniger wert werden, je länger die Mission andauern wird. So, ich versuche sie nur in 10er-Paketen zu verkaufen, damit ich eine Übersicht darüber habe, mit wie viel Geld ich jetzt rechnen kann, einfach um das gleichmäßig zu halten. Ist hier schon jemand reingeknallt? Nein. Noch halten sich die Würmer hier zurück. Wir sehen, noch unsere Lichtquellen sind noch alle unbeschädigt. Der Silicone Extractor selber auch. Wir sind jetzt schon fast auf 10.000. Ziemlich gut. Diese ganzen Meldungen von der Base sind unter der Tag. Die Base ist being secured. Oh, 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 Tammy, was ist denn los? Will niemand mit dir reden? Wo bist du denn? Da. Wer hat jetzt Freunde? Tammy gehört zu den Personen, die mich sehr leicht durchdrehen, wenn sie zu wenig Kontakt haben. Dann kann es sein, dass sie uns einfach wirklich, wirklich durchdreht. Und dann fängt sie an, die Basis zu zerlegen etc. Das heißt, das ist wirklich nicht cool. Eine Zeit lang ist es lustig, zuzuschauen, aber früher oder später schon bin ich überzeugt, dass es echt teuer war und dann ist es nicht mehr cool. Okay, auf das Silizium sehr, sehr viel Wert. Aus dem Silizium kann man später Electronics machen. Wie so ein echtes Silizium, der wichtigste Bestandteil des Computerchips. Dazu wird es aber auf dem Planeten, glaube ich, nicht mehr kommen. Bilde ich mal ein. Electronics braucht man dann meistens erst für Androiden oder für Kampfroboter und dazu braucht man sowieso auch noch Iridium-Kerne. Das haben wir noch gar nicht gesehen, Iridium. Werden wir aber, glaube ich, noch sehen auf diesem Planeten, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben es vielleicht ein bisschen mit den drei Sauerstoffplans und mit den ganzen Warehouses übertrieben. Aber hey, wir können sie jederzeit verkaufen. So, was ist die Meldung? Was heißt Great Efficiency? Es gibt nicht mal ein Zeitlimit für diese Mission, also kannst du mich mal am Arsch lecken. Ja, Preise halten noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Preise runtergehen, nachdem man eine gewisse Anzahl an Space Chickens verkauft, oder einfach, ob es nach einer gewissen Zeit einfach passiert. Ich glaube nämlich einfach nach einer gewissen Zeit. Trade. Sieht man das ja irgendwo, wie sich Trade entwickelt? Ich glaube nicht. Was ist das? Wieso sehe ich das? Das ist ja komplett unnötig. Billings-Age-Repair-6. Schicken wir Venus mal in die Repairing-Facility. Ich will nämlich wissen, ob das Dinger sind, die wir außerhalb der Basis reparieren müssen. Oder innerhalb der Basis. Ah, okay, ja, ja, klar, das sind die ganzen Lichtposten, etc., die von den Viechern da geschrottet werden. Okay, Dean, wir werden mit ein bisschen jäten. Weil langsam wird das hier ein bisschen viel mit den Dreckspflanzen. Ja, ja, brennen, brennen, brennen. So. Oh, sorry, 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 Dean. Nein, 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 jeden, jeden, das passt schon. Ups. Ich muss wirklich auf ein... zu viel rum links zu klicken. Ja, jetzt sehen wir schon 10 Units für 800. Das heißt, da sind wir besser dran, wenn wir ein bisschen was von unserem Silizium verkaufen. So, das facken wir noch ab. Perfekt. Wir kriegen ohnehin immer wieder mal Geld. Jedes Mal, wenn hier die Bankingmaschine auf Null läuft, kriegen wir sowieso ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber es sollte ausweichen, um uns um die letzte 20.000er Höhe dazu zu bringen. Ja, 90, 90 Credits kriegen wir pro Tick. Das ist ganz gut. Das war eine erstaunlich unkomplizierte Mission. Es gab eigentlich nichts, was hier irgendwie für Probleme hätte sorgen können. Gut, das war wieder eine halbe Stunde, das heißt, ich werde auch jetzt wieder aufhören. Ich werde vielleicht noch weiterspielen, aber ich werde auf jeden Fall mal einen Schnitt im Video quasi machen, damit ich weiß, wo wir mit zwei Missionen fertig sind. Und jetzt kommt Heat. Jetzt müssen wir zum ersten Mal was aus diesem Lavofeld machen und was da im Westen ist. Genau. Also, unsere Aufträge ist soweit erfüllt. Aber es gibt noch eine letzte Ressource, die wir ausbeuten sollen von diesem Planeten. Und das ist Argon. Und darum kümmern wir uns in dieser Mission. Außerdem geht es darum, die Leute happy zu machen und Dean und Candy zu special friends zu machen. Also, mehr oder weniger eine romantische Beziehung zu bringen. Und das sind, glaube ich, die letzten beiden Leute, die uns auf diesem Planeten joinen werden. Vassilos und Charles. Die sind auch beide ganz schön nützlich. Also, vor allem Charles. Vassilos bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, was der überhaupt für Skills hat. Aber egal. Gut, das schauen wir uns das nächste Mal an. Das heißt, ja, wir nähern uns dem Ende des ersten Planeten. Schauen wir mal kurz. Heat ist die vorletzte Mission, ja. Okay, das heißt, nächstes Mal werden wir die letzten beiden Missionen machen und dann sind wir fertig mit. Cattlewood, Cattlewood, wie auch immer der Planeten heißt. Und dann, ich weiß noch nicht, was ich dann mache. Vermutlich zuerst den Civilian Path und dann erst den Military Path. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Gut, also, bis zum nächsten Mal. ... Vielen Dank.